Das hört sich ja gut an. Sag einmal, da könnt ihr alle essen. Florian, kommen wir mal her. Servus, Florian. Du, das hört sich alles so gut an. Welchen kannst du mir empfehlen? Da könnt ihr alle essen. Darf ich doch eh noch einmal probieren. Du weißt ja, wir haben alles rund um die Knödel. Aber natürlich haben wir auch jedes Jahr ein Knödel-Highlight. Also ein Spezialknödel. Richtig. Und das ist dieses Jahr unser Wasabi-Knödel auf süß-saurem Mangold-Wok-Gemüse. Wasabi ist ja ein Schaff. Ja, besser schon. Weißt du was? Aber das schaffst du schon. Du kriegst jetzt von mir noch so eine Krone. Jawohl. Genau. Ich hab nämlich auch gehört, dieses Jahr seid ihr größer geworden. Ihr habt den Zuwachs gekriegt. Also erst einmal muss ich sagen, wir haben heuer unser 10-jähriges Wiesn-Jubiläum. Und dann durften wir nicht zuletzt deswegen auch ein bisschen umbauen und ein bisschen größer werden. Richtig. Und jetzt sagst du schnell, wo die hungrigen Wiesn-Besucher die finden können. Also wir sind direkt neben dem Riesenrad, also nichts zu übersehen. Mischner-Knödel-Ei-Schack zu bei. Wir freuen uns. Es riecht ja auch gut. Also man riecht es ja. Servus, bitte. Danke. Ui, da kennt ihr ja schon meine Wasabi-Knödel. Wasabi-Knödel riecht jetzt ein paar Staberl dazu. Sollst ihr das jetzt mit Staberl essen? Ja. Du, lass das schmecken. Ich versier's. Brüschmaß. Ein bisschen scharf. Ui, ist der scharf. Aber gut ist er auf jeden Fall. Und deshalb darf ich sagen, von unserem Wiesn muss gut das Aufkleber verdienen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.